Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Planets. Heute nehme ich auf und nicht Fynn, denn wir haben jetzt die Session gewechselt. Wir haben gestern eine Session aufgenommen und jetzt nehmen wir die nächste auf. Und dann würde ich sagen, join ich auch direkt mal. Ja, geh, geh, ich join auf. Nein, geh, geh. Ich wollte da nicht drauf, so, den wollte ich drauf. Gut, das dauert immer ein bisschen, aber das sollte nicht ganz so schlimm sein. Gut, und da bin ich. Als ob nachtlich. Also, äh, ähm, hallo, hier bin ich jetzt auch. Ich hab, ich hab tatsächlich 20 FPS, also gut, dass ich nicht aufnehme. Ich hab 32 FPS. Was jetzt nicht an der Crabby liegt, sondern es liegt, ähm, eher daran, dass ich grad render. Und zwar das erste Minecraft Planets render. Hä? Warum ist die Crabby vor allem noch nicht fertig? Die hat die ganze Nacht, die ist die ganze Nacht gelaufen. Weil du fährst so einen riesen Bereich? Nee, ich weiß es nicht. Ja, okay, ich glaube, wir produzieren noch nicht genug Strom. Ja, wahrscheinlich. Aber es kam heute... Aua! Zum Glück ist hinten Wasser. Ah ja, ich töte ihn. Alter, ich geh zurück zu unserem Haus, ey. Ähm. Ähm. Was denn? Alter, das ist ein der Wolf! Aua! Hilfe! Ich hab mich voll... Jonas... Gott! Hilfe, Finn! Jonas, ich bin im Game Mode 1, dann kann ich nicht Game Mode 0 machen. Kannst du mich mal bitte kurz Game Mode 0 machen? Äh, nee. Weil ich sonst sterbe. Aua! Aua! Halt zwei Herzen! Hilfe! 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 Ja, ähm. Ich würde dir helfen, aber ich kann dir nicht helfen, wenn ich im Game Mode bin, weil das wäre unfair. Ja, gut. Aber ich kann dir jetzt nicht helfen, weil ich sonst draufgehe. Alter, was warst du da für einer? Alter, nice, man. Fängt auf jeden Fall richtig gut an. Ich bin aber bei unserem Haus. Warte, ich... Und ich bin... ...im Haus. Oh, oh, schlägt. Finn? Ich kann nicht schlafen, gut. Nicht? Achso. Warte. Ich hab jetzt gesagt, ich geh gleich schlafen. Danke. Bitte schön. Ist schön, dass ich jetzt grad ja so schlau bin und bei allen Monstern stehe, aber das war klar, dass ich das so machen muss, weil ich hätte jetzt nicht mit dem Game Mode 0 hier durchlaufen können. So, ich sprinte aus zum Haus. Oh Gott, da ist dieser Wehrwolf, den du meinst. Ich hab mich von angegriffen. Nee, das... Nee, ich hab nicht den Wehrwolf gemeint. Da ist so ein fliegender... Ähm... Okay. Irgendwas. Ja, gut. So, ich hab mal ein paar mehr Kabel gemacht. Ja, echt mit dir halt. Die sind zwar recht schlecht für den Anfang, aber später würden wir die brauchen. Und wir haben übrigens jetzt ein paar Mods hinzugefügt, wie Tinkers Construct und Terminal Foundation. Oh Gott, M3 ist ein Org direkt vor unserer Tür. Ja, ich weiß, das hab ich gemeint als komischer Viech, äh, als komisches Viech. Den hier behärte ich nämlich gern. Ich fand's auch komisch, aber... Haben wir denn schon Copper geschmolzen? Ja, haben wir. Nice. Sogar ziemlich viel. So, ähm, ich... Ähm... Ich kann dir entweder helfen. Bei... Ähm, der... Ähm, bei der Verdopplungsmaschine. Oder ich kann sofort mit Tinkers Construct anfangen. Was ich aber zuerst machen will, ist... Ähm, ich mach dir jetzt ein Schwert, okay? Ich mach dir jetzt ein Schwert. Hab ich noch Glas in meinem Momentar? Ja, hab ich. Ach, fuck. Ja, scheiße. Ja, und ihr seht, ich hab bei Glas irgendwie keine Textur. Das ist, ähm... Sehr räudig. Und das ist fakt richtig. Ich hab... Ähm, Maschinenfrau... Ich will normalen. Komm schon. Ja, basic. Ähm, Tin Gear. Hast du zufällig noch Holz? Holz. Ich brauch noch zwei Holz. Äh, vier. Das brauch ich aber selber. Tut mir leid. Ne, warte. Ja, kannst hier. Kannst du hier. Kannst du hier. Kannst du hier. Warum hab ich noch vier Chests? Egal. LOL, was ist das da? Das darf ich zurückholen. Das ist ein fliegender Zombie mit einem... Fliegenden Pferd. LOL, guck mal. Ich schau mir das gleich an. Wie sieht's LOL aus? Ja, GG. Kann ich schlafen jetzt gehen? Ein Horse-Mob. Ja, das ist irgendwie cool, ne? Das sieht richtig stark aus. Tin. Da ist Tin. Gut, Tin brauch ich nämlich. So, ähm, das schmack ich hier rein. Dann, was kann ich... Ich muss mir eine Schaufel craften. Die hab ich sogar. Gut, haben wir hier irgendwo noch... Ich könnte jetzt... Ich bin rausgeflogen aus Minecraft. Aber ist gar nicht so schlimm, weil... Ähm, es hat jetzt Aufgehör zu rendern, deswegen... Dazu bin ich aber rausgeflogen. Warum auch immer. Ich könnte jetzt auch zur Cray laufen und gucken. Aber es ist grad Nacht und darauf hab ich jetzt echt nicht so viel Bock. Deswegen fahr mich hier jetzt einfach zwei Flint. Ich mach dir jetzt ein Schwert. Okay? Mir? Oh, danke. Nice, ich hab zwei Flint. Gut, das reicht schon. Ich hab drei sogar. Krass. Ah, nee, ich... Äh... Ich... Ich kann dir sogar... Ich kann dir eigentlich... Alter. Völlig cool aus. Ich... Gut. Ich mach dir erstmal nur... Du hast doch voll gespampt mit Müll. Mann. Ähm. Weißt du was? Ist mir jetzt egal. Das ist unser Anfangshaus. Das muss jetzt innen drin nicht ganz so krass aussehen. Ich muss halt nur wissen, wie das geht. Dieses Schwert. Ähm. Haben sie noch... Was heißt... Haben wir noch Wolle? Alter, was war das für ein Geräusch? Was? Was ist das? Was? Ah, dieser Org. Finn, Finn, der hat unser Haus kaputt gemacht Hau ab, hau ab, hau ab Fuck man Der ist einfach reingegangen Und hat die Wand zerstört Nein, der macht die ganzen Dinger kaputt Macht er alles kaputt Fuck, ich werde angegriffen Ich bin fast tot, ich bin fast tot Du bist da unten Alter, ich hab drei Herzen Haben wir ein Bett dabei? Nee, haben wir nicht Der macht unser ganzes Haus kaputt Ja, wir hätten den nicht anschauen dürfen oder so Ja, das wusste ich nicht Wir müssen den angreifen Ich würde sagen, wir töten den jetzt schnell Okay, dann aber von hinten, weil da unser Haus Sowieso schon am Arsch ist Nein, Mann Aber die Dinger sind getroppt, okay Komm her, du Fettsack, Alter Er ist scheiße, er ist schlecht Schnell töten Nein, unser Generator ist weg Er hat unser ganzes Haus Nein Nein Erfolge Diamonds hast du bekommen Alter, ich def Ich mach mal hier alles aus meinem Metall raus Och Mann, was ist das denn? Ist ja richtig behindert Ist ja richtig reudig Toll, jetzt kannst du das ganze Haus neu bauen Ja, das ist dann dein Job für heute Ja, Alter, ich wollte anfangen Richtig schön die Dinger zu crashen Hast du einen Generator zufällig bekommen? Ich hab eigentlich keinen Lust, den neun zu kriegen Nee, ich hab einen Obsidian bekommen Vorher auch immer Ja, von dem Och Mann Alter, was ist das? Ach, das ist richtig behindert Wo hab ich jetzt das Glas? Das war der Übelstreu Wie hatten wir denn das? Wir hatten das mit drei hier So, so So, so Das ist kein Spruceboot, oder? Nee, das ist kein Spruceboot Toll, und die ganzen Kisten, die hier standen Alles weg, ne? Ach doch, das ist Spruceboot Okay, dann kann ich so Alles, was in den Kisten war, ist weg Och, Fick, Alter Ähm Ja, ich glaub, da war das Ganze Alter Zeug drin Egal, wir haben eine Quarry Das ist jetzt nicht ganz so schlimm Aber ich hab halt schon ein bisschen Sachen gecraftt gehabt Och Nee, Mann Hast du zufällig Das Äh Ich hab auch kein Essen mehr Hast du zufällig Ähm Sand bekommen Sand? Nee, ich hab keinen Sand bekommen Von mir Schade Weil ich hatte Richtig viel Sand gefarmt Man, jetzt kann ich grad wieder alles neu farmen gehen Ey, lol Da ist noch ein zweites Spruceboot drin Äh Schaufel Aber Oh, Alter Wir haben was anderes dafür So, und Jonas Hm? Das hier ist ein Extended Stone Sword Lol Also, ist, ist nur aus Stein Aber ist so stark wie ein Diaschwert Und das ist für dich Also Ich kann auch bald eins mit Eisen oder Diamanten machen Nur grad hatte ich kein Eisen da Und deswegen Jetzt lauf ich dann hinterher Weil ich dir das Scheiß, äh Schwert geben will Ich, ich hol hol's Und, äh Und ich glaub, das hat eine längere Range Och du Scheißgelätt, Mann Okay, vielleicht auch nicht unbedingt, aber Es ist, es ist trotzdem wirklich stark Das Steinschwert Okay Okay, ich bin dabei drauf zu gehen Tschüss Ich hol später Holz Alter, was hält denn der aus? Das ist ja der Tank of Doom Alter, unser komplettes Haus ist einfach weg Es ist richtig räudig Ja, was? Alter Und ich bin so richtig tot grad Okay Alter, der hat echt, halt echt unser, die, die Hälfte vom Haus weggefetzt Sogar vom Dachmann Ja, ich, ich hab's auch grad gesehen Das ist so ein Loch im Dach Och, und da hat die ganzen geilen Aluminiumkabel, die ich da verlegt hab, weggefetzt Alter Hier ein Steinschwert für dich Äh Lol, die hängen in deiner Hitbox drin Was? Aber über dir Pfeile Äh, lol, ich seh's Was ist das? What the fuck Ich seh's in der 5, ja Das ist ja mal richtig fail Aua Ich wollte dich nur mal schlagen mit dem Schwert, um zu gucken, wie es ist Ein, eins ist weg Hast du noch Koppel? Oben, oben liegt noch ein Block Ja, ist mir egal Es fehlt so viel Es ist scheißegal, ob jetzt der eine Block fehlt oder nicht Ich muss alles neu holen Wirklich Ähm Ja, alter Ähm Wir müssen echt aufpassen vor den Viechern Ähm, ich, ich hol' ein kleines bisschen Spruce Wood, okay? Ja, Spruce Wood hol' ich auch grad Oder wie ich grad so Ähm, du kannst doch gleich Samt holen, oder? Dann hol ich Äh, ich, keine Ahnung, Spruce Wood holen Äh, ich glaub, der hier ist nicht ganz so ressourcenfressend, oder? Ach, vielleicht, hier ist ja gar Ah, doch, hier, hier ist, okay Ich hab's Spruce Wood gefunden Der ist besser Da kommt doch wieder einer von hinten, ey Es sind halt richtig viele Viecher mit Rüstung Das ist richtig eklig, Mann So, getötet, ey Spacken hier So, erstmal Hausreparaturen hier Und dann Ähm, fang ich an Neuen Generator zu basteln Ja Gegeben Aber gut, das gehört dazu Ich nehm gleich mal ein bisschen mehr Holz mit Und du kannst, wenn du willst Äh, mal zu der Crabby laufen Und, äh, die Erze rausholen Ja, das wird bis dahin gemacht Ah, ja, okay Und ein bisschen Koppel Ja, das mach ich Und das auch durchschmelzen Ähm, ich dropp dir hier noch So, mal das hier Hin Warte mal ganz kurz Ähm, kann sein, dass du gerade irgendwas laufen lässt Im Hintergrund Ich hab gerade irgendwie was gehört So, bin wieder da Ne, ähm Die Nachbarn sind gerade rausgelaufen Und ich hatte mein Fenster noch offen Ich hab's gehört Ja, ich weiß, ich hab's auch gehört Deswegen hab ich das Fenster jetzt zugemacht So, ich geh jetzt mal hin War das so? Hä, ich hab das irgendwie anders in der Erinnerung Äh, Finn, war das irgendwie Das war nicht so Äh, 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 nee Ähm, du kannst mal auf die andere Seite schauen Da, wo, ähm, die Tür ist Weil da ist es noch relativ halb geblieben Beziehungsweise Ähm, ja Also, ich hab's noch im Teil rekonstruiert Aber so sah das aus anscheinend Ich dachte auch, das wär's Nur, es war nicht so Was ich an der Tür gesehen hab Also, die Quarry Ich, ich würde eigentlich gerne Das Wasser drin wegmachen Aber Äh, ja, aber dann Wenn unten Lava kommt Dann gibt's eine unendliche Quelle Und dann baut er die ganze Zeit Diese Quelle ab Und das fackt richtig ab Deswegen ist das Wasser ganz gut Dass es da ist Okay Und ich nehm jetzt, ähm, die Erze mit Genau Du nimmst mal die ganzen Erze mit Limestone Und du kannst auch Wenn du grad in der Nähe bist Ein bisschen, ähm, Sand fahren Ähm, was mach ich denn jetzt Warte, was wollt ich jetzt machen Ah, genau Sandfarm Sand, wir brauchen Sand Ich brauch Glas Ja, ähm Ich brauch generell Glas sowieso für Ist schon extrem viel Sand Ich muss da gar nichts mehr farmen Achso Ja gut, das ist auch gut Das ist natürlich auch geil Und du kannst vielleicht auch ein bisschen was rausschmeißen Was zu viel ist Weil langsam werden die Kisten voll Cobblestone Ja, Cobblestone zum Beispiel Wir haben, wir brauchen zwar Nehmen aber auch ein bisschen was mit, bitte, okay Und vor allem auch Kohle Kohle brauch Wohl, warte mal Ja, ich hab doch Ich hab 36 Kohle gerade Ähm Und So I'm stone Passt das so? Das muss ja So Gut, unser Haus ist schon wieder recht weit Äh, okay hier Jetzt mach ich genau das Was ich in den letzten Folgen auch gemacht hab Ausbauen Ja, toll Ja, ja Aber die Leute haben's ja nicht gesehen In den letzten Folgen, also Perfekt Nein, Spaß Ähm, Cobblestone ist alles falsch So, soll ich das erstmal alles dort rein? So, ähm, warte mal, haben wir noch Cobblestone, hier hab ich noch Cobblestone, ähm, nehm mal die Hälfte raus, mach davon ein paar, ups, hab ich die jetzt rausgeworfen, bin ich aus der Kugel gekommen, wo ist es nicht, wenn das auch noch dieser komische Boss, ah stimmt. Ah, ich wollte, genau, das wollte ich noch in letzter Folge machen, hab ich aber nicht mehr geschafft, äh, das kann ich dann gleich auch machen, ach scheiße, so. Und zwar wollte ich noch so einen kleinen Schornstein bei uns reinbauen, komm, ist mir jetzt egal, dass da hinten einer ist. Ich, ich, ich will das, ich will das, ich will das, ich will das einmal nur rauswerfen, ich will dafür keine Comments, Ingo benutzen. Mach doch, äh, Steuerung Q. Ja, das geht nicht, weil da entsteht sehr, dass ich keine Berechtigung hab, weil das halt irgendwas, weil das halt irgend so ein Comments ist. So, jetzt hast du Berechtigung. Ja, geil. Damit bekomme ich noch einen Stack mehr. Ich meinte Shift, sorry. War doch Shift, oder? Warte mal, Shift. Shift bringt überhaupt nichts. Ja, mit Shift. Doch, mit Shift schmeißt du kompletten Shift Q und dann schmeißt du das ganze Zeug raus. Ah, Lolla, alles auf einmal, okay. Wusste ich gar nicht. Oh, dann machen wir halt wieder. Ach so, ja dann, dann ist ja übelst easy so jetzt. Erstmal hier. Alter, dieses Cobblestone. Was denn? Ich werfe grad Tonnen an Cobblestone weg. Das ist richtig krass. Ähm, genau, ich brauch wieder hiervon, dass ich jetzt so zusammen crafte. Und auf der Rückseite war's, glaub ich, ne? Ob ich das hier hinmachen muss? Glaube schon. So, unser Haus sieht wieder... extrem viel. Was auch immer das ist. Okay, unser... Ja, brauchen wir nicht. Ähm, unser Haus sieht ja eingermaßen gut aus. So. Ähm, ich brauch jetzt nur wieder Glas. Oh, Leute, jetzt komplett... Ach so, ja, klar. Ähm, du kannst grad zu mir kommen. Ich hab... Ähm... Ja, ne, noch nicht. Ich kann jetzt noch ein bisschen was machen. Ah ja, okay. Eins hab ich doch noch mehr. Ich brauch doch eins. Bittes unten im Keller noch was. Ähm, ja, gut. Ich darf noch eins rein. Wir brauchen dringend ein Lagersystem, man. Ja. Das ist richtig schlimm. Das, 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 das könnte ich natürlich jetzt auch zuerst machen. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer sowas ist. Es ist schon arschteuer. Ja, ich weiß nicht. Aber dadurch, dass wir die Query haben, könnten wir es hinkriegen. Ja, dann kümmere ich mich mal darum. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das so alles geht, aber so die... Ähm, Einführungssachen kann ich jetzt schon mal anfangen zu bauen. Komm schon. So. Ähm... Ähm, ähm, hast du nen Timer gestellt? Dann noch eins. Äh, oder... Oh. Ähm, okay, dann... Ich kann beim nächsten Mal einen Timer stellen. Ja, Leute. Ich hab übelst überzogen, Mann. Wir sind bei 19 Minuten. Naja. Ne, warte. Bei 18. Bei 18. Zieh mal. Ja, Leute. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch eine Positiv-Werken da. Wir würden uns freuen. Danke fürs Zusauen. Zusauen. Danke fürs Zusauen, Leute. Zusauen. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Da 🎶 Du bist. iniz. Bis zum nächsten Mal.